So. Geht ganz schön lange für ein Finale, muss ich ja sagen, ne? Ja, dann schieß doch einfach. Jo. Okay. Ja, war gerne doch. Ich bin schon auf dem Weg. Je-ha. Bisschen Moped fahren. Wuhu. Oha. Oh Gott, ich hoffe, ich komme da hin. Yeah. Da geht doch irgendwas gehörig schief, oder? Okay, das Motorradfahren haben sie ein bisschen ab... Oh, Alter, was? Äh. What the fuck? Wolverine! Heckgeräte bereit machen! What the fuck, Alter? Was? Ähm, ich glaube, ich glaube... Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich spawne in Gegner. Alter, ich kann nichts machen. Ich komme hier nicht weg. Ich komme nicht weg, weil der Goliath da hinten auf mich draufsteht. Alter, was? Was ist das denn für eine miese Scheiße, Alter? Spawnt der einfach mal auf mir drauf. What the fuck? Wie behindert ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Huch, jetzt ist es dunkel. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Hilfe, ich bin so alleine. Ähm. Was war das denn für eine Scheiße? Aua. Okay, ich schaue nochmal eben hier rein. Ich hoffe, ich bin jetzt... Wo sind wir denn jetzt hier? Komme ich hier raus? Hilfe, ich bin so alleine. Ähm. Wie behindert war das denn jetzt gerade? Okay, wir sind immer noch richtig. Frage mich gerade. Okay, ich nehme nochmal das Moped. Ah, wie bescheuert das war. Das spawnt nicht einfach... Oder spawnt einfach mal so ein... Uah, uah. Spawnt einfach mal so ein Goliath. In uns drin. Mh. Oh. Oh, mh. Oh, oh, ja. Guck mal hier. Hallo. Ciao. Äh, wir müssen... Bin ich jetzt vorbeigefahren? Hä? Ich schnall gerade nicht, wie wir... Hä? Ich verstehe dieses Spiel gerade nicht. Ach, hier müssen wir hin. Okay. Und hier vorne waren gerade irgendwie Gegner mit Goliath und ist auch irgendwie weg. Ich, äh... Ich sag dazu gar nichts mehr. So, wie komme ich denn... Hä? Wie komme ich denn hier rein? Ach, hier. Oh Gott. Okay. Diese Lustschiffe? Ähm. Das sieht sehr merkwürdig und sehr ruhig aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Das wirkt mir alles zu ruhig hier. Das wirkt mir so, als würde gleich irgendwas passieren. Äh... Hier komme ich schon. Oh, doch. Das muss ich schlecht kriegen. Okay, ich bin bereit. Das geht in Deckung. Okay. Aaaaah! Geh mir! Komm schon! Help uns! Geht weiter! Ich freu mich! Ich schaff das nicht ohne dich! Komm schon, bleib bei mir! Lena, Lena, ich weiß es. Ich glaube nicht. Sie ist noch bei dir. Leid sie raus! Bring's her! Du hast mir geholfen. 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 Endlich tue ich mal was Gute für meinem Leben. Du versaut es nicht! Lena, nein! Der Waffe! Lena! Lena! Brady geht zum Turm und schaltet diese Duster aus. Jetzt liegt es an dir. What the fuck, Alter? Wir verlieren hier ein nach dem anderen. Ich kann das nicht. Äh, wo sind meine... ... 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 Ich kann das nicht. Wir haben sie alle verloren. Wir haben sie alle verloren. Alle. Alter! Aua! Nein! Nein! Oh mein Gott! Die Duster fallen vom Himmel! Die Luftschiffe sind schutzlos! Die Sams werden geladen! Hengstree, feucht! All of them, Feuer, Flambert! Raketen unterwegs! Lä Lä Untertitelung des ZDF, 2020 Homefront The Revolution Ja, das war also Homefront The Revolution Und Ja, wir sind durch Wir haben es geschafft, wir haben es gepackt Wir sind durch mit dem Spiel Ich fass es nicht, Wahnsinn Wahnsinn Was für ein tolles Spiel Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht Es hatte Ja, wie fange ich an? Also das Ganze kommt von Dam Buster Studios Die liest man jetzt ja auch hier Da steht ja auch Ja, das ist glückscheißerisch Ja, ja Ich dachte, streue ich mal ein paar Informationchen ein Oder so Ähm Also was ich positiv Was mich echt positiv überrascht hat War Ähm Erstens grafisch war es teilweise sehr, sehr geil Auch die Nächte so mit dem Regen Hat mich Echt geflasht War echt hübsch Ist jetzt kein Welttitel Das natürlich noch dazu gesagt Aber es war grafisch teilweise echt hübsch Ähm Was mir auch gut gefallen hat Es war immer Es war Ja, ein immer guter Schub an Action im Spiel Ne Gut, Shooter kann man halt nicht Was will man am Shooter halt noch so ein bisschen ändern Ist halt Dings Das Setting hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen So ein bisschen so dieses Ich sag mal in Anführungsstrichen Dieses Terminator-mäßige Äh Hat mir sehr gut gefallen Ähm Was mir nicht gut gefallen hat Gut, ein paar lustige Bugs gab es natürlich Zwischendurch ein paar Bugs Die waren echt geil Also die haben mir sehr gut gefallen Die Bugs Zwischendurch Auch mit dem Helikopter da in der einen Folge Ich weiß jetzt nicht Kurz zum Schluss Wo wir auf dem Dach da waren Ist mir aber sehr geil Oder wo ich da halt in dem In den Goliath gespawnt bin Das war auch sehr geil Ähm Was mir nicht gut gefallen hat Ähm Waren diese langen Wegstrecken Es hat sich permanent zwischendurch Wirklich wiederholt, muss ich sagen Also auch dieses Gebiete-Clear Und wenn du die Gebiete gecleart hast Dass du wieder dieselben Aufkommen Dann musst du wieder die Radios sammeln Und die Explosions-Mission-Klamotten da machen Oder Oder erledige 15 Sniper Das hat sich alles zu sehr wiederholt Das war zu sehr repetitiv War das gewesen Sonst war es Von der Idee her War es ganz cool Ich fand das mit den Mit den Waffen-Aufsätzen Kam ein bisschen zu kurz Muss ich sagen Also das mit dem Dass du halt ein normales Stimmgewehr auf Äh Abbauen konntest Und dann konntest du Darauf dann halt Ähm Ja so ein So ein Na sag mal schnell Rocket Launcher machen Also so ein Granatenwerfer oder so Und äh Die Idee fand ich Ganz cool Kam aber in der Umsetzung Ein bisschen zu wenig Zu nutzen Da hätte man auch Einfach sagen können Weißt du was Dann geben wir den Spieler Einfach äh Äh Zwei Waffen mehr In seinem Waffenrad Und fertig Da hätte es jetzt nicht unbedingt Eigentlich im Prinzip Ist es ja nur so Macht es ja so Jetzt mehr Sinn Weil Es ist ja ein bisschen mehr Wie soll ich sagen Es hatte jetzt ein bisschen Mehr Realität Weil Du hattest quasi Wenn du normalen Shooter spielst Eben wie einen anderen Shooter XY sag ich mal Dann kannst du tausend Waffen tragen Dann hast du einen Rocket Launcher In der Tasche Du hast einen Granatwerfer Du hast ein Sturmgewehr Du hast ein MG noch Du hast einen Sniper Da hast du alles in einer Tasche Das sind fünf Waffen Und hier hast du natürlich Eine Waffe Aber du kannst sie umbauen Du hast die ganzen Gerätschaften Im Rucksack Und das machte so ein bisschen Mehr Realismus aus Aber im Prinzip Fürs Spielerische War es ein bisschen Ich weiß nicht Ob es ungünstig gewählt ist Wenn ich so sagen darf Aber ich fand es ein bisschen Wie soll ich sagen Ähm Die Idee war super Aber in der Umsetzung Irgendwie hat es so ein bisschen Gehapert finde ich Äh ne Umsetzung nicht Kann man auch nicht sagen Weil es funktionierte ja So ist es nicht Es funktionierte ja Nur halt So vom 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 Gameplay Technischen Lief es nicht so Flüssig wie es mir gedacht hatte Vielleicht so einen Knopf drücken Zack und dann rüber Weil du musstest ja Als R1 gedrückt halten Dann musstest du mit dem Stick Halt da Auswählen was du möchtest Ob es ein MG möchtest Oder halt den Granatwerfer oder so Das war ein bisschen umständlich Ähm In der Regel Eigentlich hätte man auch Sagen können Weiß ihr was Wir machen einfach Wieder ein Waffenrad Und fertig So war das So war das Spiel hat mir echt gut gefallen Also so vom 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 groben und ganzen Jetzt mal von dem ganzen Technischen Klimbim mal eben Abgesehen so Roundabout War es War es ein guter Guter Shooter Es hat Spaß gemacht Es war Toll Auch die Geschichte Mit zu erleben So ein bisschen Wie gesagt Die Story Von der Storyline Hat es mir sehr gut gefallen Hat mich sehr angesprochen Ähm Und Äh Ja Es war einfach Klar Shooter ist Shooter Brauchen wir nicht Darüber diskutieren Ist einfach so Shooter ist Shooter Und Ähm Ja Wie gesagt Was das Technische angeht Ähm Möchte ich hier auch nicht Drauf Großartig Sag ich mal Eingehende Ob Wie gesagt Ob Bugs Gibt es in jedem Spiel Und Und Ich habe ja zwischendurch Auch während des Let's Plays Habe ich dann halt auch gesagt gehabt Hier zum Beispiel Jetzt vor kurzem Als dieser Patch kam Dass bei den Ladezeiten halt Äh Erstens die Ladezeiten Ein bisschen verkürzt worden sind Und Des Weiteren Dass halt Ähm Wenn gespeichert worden ist Dass das Spiel nicht einfriert Sondern dass es sofort Quasi sofort Weiter geht Und Das sind so kleinere Mankos Aber so Vom Grundsatz her Möchte ich jetzt auch hier nicht Irgendwie Das Spiel Schlechtreden Irgendwie Und Ähm Ich weiß nicht Ob von Damn Buster Studios Noch irgendwie was kommt Weiteren Ich Keine Ahnung Ich weiß nicht Ich würde mir wünschen Wenn die Timesplitters Das Timesplitters Easter Egg Boah war das cool Boah was hat mir das gefallen Das Timesplitters Easter Egg Das war ja mal richtig geil Das war ja mal richtig awesome Also ähm Wie lange ich vor Von dem her sehr sehr lustig immer gehalten Also voll geil Oh Bendito Bendito Gango So Rodriguez Sonnenhübscher Name Lese ich gerade da Und Bobby Stone Man Ähm Ja was bleibt eigentlich vorweg Zu Homefront zu sagen Viele haben mich mal gefragt Ob ich mal den Multiplayer mal irgendwie Im Stream zeigen Möchte Oder so Oder wollte Ich glaube eher nicht Ich glaube nicht Dass ich Ich glaube nicht Dass ich Homefront Im Multiplayer spielen werde Sondern Für mich war das halt Ein reiner Reiner Singleplayer Shooter Der mir sehr gut gefallen hat Klar es hat auch Ein Multiplayer Aber vom Vom Dings her Wie gesagt Ich Ich fand es Vom Vom Shooter her mäßig Halt fand ich es Sehr solide War jetzt kein Überkracher Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Und Ja Wie gesagt Setting Setting stimmte Vor allem auch diese Einige Szenen Wo das Luftschiff Dann oben Wo die Luftschiffe Oben am Himmel waren Und auch so Dann die Die Nacht eingebrochen ist Und wo es dann anfing zu regnen Alter Wie das aussah Zwischendurch Ne Also es sah Technisch Also wie gesagt Grafisch oder so War es zwischendurch Schon echt Ein Augenschmaus Ähm Klar Im PC geht es wahrscheinlich Noch Noch viel viel besser Als wie auf der Konsole Ich habe es ja hier Auf der Playstation 4 gespielt Ähm Sehr sehr geil Und Äh Ja Wahnsinn Also wie lange habe ich jetzt Ja Circa Anderthalb Stunde Habe ich jetzt noch gespielt Und ähm Ja Anderthalb Stunde Das ist jetzt noch so gut so Drei Drei Vier Folgen sind daraus Drei Vier Folgen sind daraus Noch geworden Ich Ich meine Wir sind Ich meine Ich meine 60 Ich glaube 63 64 Folgen werden es Oder 65 Ich weiß gar nicht Mich hatte mal jemand gefragt Was das längste Let's Play bei mir bisher war Kann ich gar nicht sagen Ich weiß es gar nicht Ich glaube das längste Let's Play Ja gut Lassen wir den 24 Stunden Streamer aus und vor Das war ja kein Let's Play Aber Aber vom Let's Play her Das was am meisten Folgen hat Das Boah das kann ich gar nicht sagen Da müsste ich mal Da müsste ich echt mal nachschauen Da müsste ich echt mal nachschauen Und gucken Das kann ich gar nicht sagen Also Bioshock weiß ich Wird auf jeden Fall auch ein paar Folgen kriegen Ich glaube so auch so um die 60 Teil 1 Vielleicht nicht so viel Teil 2 Wird schon ein bisschen mehr kriegen Teil 3 Wird sowieso übermäßig mehr kriegen Weil Teil 3 noch Viel viel mehr drin steckt Als wir in den Vorgängern teilen Bioshock läuft ja momentan noch Während du das jetzt guckst hier Ich weiß ja nicht wann die Folge kommt Ähm Ja was Was steht als nächstes an Das ist ja die große Frage Ähm Ich habe es noch nicht hinbekommen Ich habe es Muss ich sagen Ich habe es noch nicht hinbekommen Ähm Mit VR aufzunehmen Ich habe es noch nicht hinbekommen Ähm Weil ich Noch nicht umstellen kann Den Sound Ich kann leider Den Sound Vom VR Headset Sobald man das VR Headset einschaltet Läuft das Ganze über das Headset Also Sound Ausgang Und Tralala Und Pipapo Und ähm Leider Leider Wenn ich damit aufnehme Ich hatte ja schon mal dieses Ähm Weeping Dolls Hatte ich ja mal aufgenommen Im Stream Ähm War ja so ein Mini Horror Indie Kackspiel Nicht das mal so sagen War echt ein Kackspiel Das Problem war dabei gewesen Einfach dass der dann Meine Stimme vom Headset Also der hat die Stimme Vom Headset aufgenommen Also vom VR Headset Dann die Stimme Vom Mikrofon Wo ich jetzt hier rein sprüche Ja meine Freunde Schön dass ihr da seid Und ähm Das heißt Einmal Die Stimme Von mir hier War ja quasi In der Aufnahme Vertreten Ja Und Das vom Headset War auch in Aufnahme Aber ein bisschen Asynchron Das heißt Es war total verschoben Und zweimal Hat man mich gehört Und ich konnte es nicht Rausfilmen dann Weil ich es nicht extra Aufgenommen habe Aber trotzdem War es irgendwie Sehr gruselig Und sehr ungewöhnlich Des Weiteren Hat er noch aufgenommen Ähm Und zwar Irgendwie Einen Tasten drücken Ich weiß nicht was Es war Ob es die X Taste war Oder irgendwie Jedes Mal wenn ich Irgendwie gedrückt habe Weil das Spiel war so gewesen Dass du Ähm Dein 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 Geist Quasi Voraus bewegst Und dann immer Da ein X gedrückt hast Wo du dich als nächstes Hinbewegen möchtest Ich hoffe ich hab es jetzt Richtig erklärt Und immer wenn ich das getan habe Hat die Catcherkarte irgendwie Ein Sound aufgenommen Von so einem klicken So klick 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 Ich weiß nicht ob es von Es muss irgendwas von Controller sein Ich weiß nicht wie Warum Weshalb Es ist nun mal so Wenn halt Irgendwie Wenn ich das mit dem VR Headset irgendwie aufnehme Weil ich möchte ja Ein Horrorspiel hab ich ja gesagt Mit Kamera auf Auf YouTube knallen Ich weiß aber bisher noch nicht welches Und ich muss erst gucken Dass ich da ein vernünftiges Setup mit Ein Setup bekomme Aber bisher Hab ich da noch kein Irgendwie noch keine Idee Und noch kein Keine Ahnung Ähm Ich weiß noch nicht Ich ähm Ich muss mal schauen Ich muss mal schauen Ob ich da irgendwie Ähm Oh guck mal German Version Global Lock GmbH Aha Da können wir mal gucken Die Global Lock GmbH Was das ist Spanisch Version Russisch Version Da ist Knopf Aber da geht nicht Warum nicht Ähm Ne voll geil Also Nicht voll geil Äh Was wollte ich sagen Achso VR Headset Genau Ich bin schon wieder Total raus Ja VR Headset Boah Ähm Ja Muss ich gucken Wie ich ein Setup hinbekomme Wie ich da Was ich damit mache Ähm Denn Weil sonst funktioniert das nicht Also sonst kriege ich das nicht aufgenommen Ich kann da Ich kann da tun Und machen Und tralala Und pipapo Und das ist alles nicht so Nicht so berauschend Und nicht so wie ich mir das Wie ich mir das vorstelle Und deswegen muss ich da mal Muss ich da mal gucken Dass ich da mal ungefähr Ähm Muss mal eben hier Meine Lampe ist so ein bisschen Eigenwillig Wenn ich das mal so sagen darf So Lampe anmachen Also ist schon ein bisschen Später geworden Ähm Ja da muss ich gucken Dass ich mit dem VR Headset Irgendwie eine Technik finde Dass ich das aufnehme So dass er den Sound Auch dann halt Vernünftig aufnimmt Und Ähm Ja gut Da kann ich mich dann Darüber informieren Und tralala Und dann schauen wir mal Gut Ähm Ja Achso Was steht als nächstes an eigentlich Darüber wollte ich nochmal Eben gequatscht haben Als nächstes Ich hab eigentlich noch nicht Nicht so großartig in der Pipeline Also was Was als nächstes kommen soll Wie gesagt Bioshock Kommen ja alle drei Teile Bioshock 1 läuft ja Äh Bioshock 2 kommt dann anschließend Bioshock 3 auch Und so und tralala Und ich hab sonst nichts in der Pipeline Außer noch Minecraft Hab ich ja so ein bisschen aufgenommen In Anführungsstrichen Ja so ein bisschen Probehalberweise Probehalberweise Ist das Das ist auch ein komisches Deutsch Äh Weil ich wollte mal wieder ein bisschen Minecraft spielen Ich weiß aber nicht Ihr könnt es ja mal Ihr könnt auch gerne mal Wie gesagt gerne mal Vorschläge unter den Kommentaren Schreiben Welches Spiel Ja schreibt einfach mal In die Kommentare Vielleicht hier unter diesem Video Oder so Oder unter irgendeinem Video Was ich denn gerne mal Was ich denn mal spielen soll Hier auf dem Channel Also was ich als Let's Play Mal machen sollte Und dann lese ich mir das mal durch Und dann schaut mal Ich lese ja immer die Kommentare Fleißig auch Und äh Bitte nur Playstation 4 Titel momentan Oder immer noch Ihr wisst ja Ich spiele auf der Playstation 4 Also wie gesagt Wenn ihr einen Playstation 4 Titel kennt Wo ihr sagt Hör mal Macht das doch mal Ähm Dann Dann schreibt mir doch mal Dann schreibt doch einfach mal Unter die Kommentare Ich würde mich sehr freuen Ähm Was ich da an Vorschläge von euch bekomme Horror immer wieder gerne gesehen Wisst ihr ja Und ähm Ja Ich kann mich in klein In ein In kleinst In kleinst Schon mal ein wenig Vielleicht bedanken Bei euch Weil wir schon bei 300 Ich glaube 82 oder 83 Abonnenten sind Boah Vielen Dank Vielen lieben Dank Das ist schon der Hammer Es ist schon der Wahnsinn Wie viele Leute das sind Ähm Aber auch vielen Dank Wie gesagt für alle Leute Die mal die Let's Play Live Show Verfolgen Ich muss so langsam zusehen Dass ich Im Übrigen Fällt mir gerade ein Ich muss so langsam zusehen Dass ich jetzt Mich so langsam dran setze Wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu Dass ich das Highlight Von YouTube Und äh Der LPLS Also der Let's Play Live Show Auf Auf Twitch Dass ich da Wieder so ein So ein Best of Zusammenschneide Da muss ich mich jetzt mal So langsam dran begeben Das heißt Ich werde irgendwann Demnächst Wenn ich dann mal Ein Wochenende Mal wieder Frei habe Und Zeit habe Werde ich dann mal Den Stream mal ausfallen lassen Vielleicht für einen Tag Oder einen Abend Ja ich glaube Vielleicht für beide Tage Weil Dann nehme ich mir mal So ein bisschen die Zeit Weil ich muss Das ganze Videomaterial Durchgucken Und Schneiden Und raussuchen Und tralala Und Das ist eine Menge Arbeit Das ist nicht mal eben In ein, zwei Tagen Auch geschafft Das Das braucht länger Also da brauche ich Mindestens fast eine Woche für Vielleicht mache ich das auch Zwischen Weihnachten Und Neujahr Weil ich da Urlaub habe Und dann werde ich Vielleicht da mir die Zeit Dafür nehmen Weil da habe ich dann Wie gesagt Da habe ich die Zeit für Und das könnte dann Gut hinkommen Dass ich vielleicht Da dann das Best Aufmache Mal gucken Mit der 300. Folge Bei Twitch Also bei der LPLS Glaube ich Für dieses Jahr Glaube ich auch nicht mehr Wir sind jetzt bei Glaube ich Folge 3 200 Sind wir jetzt bei 285 Oder 286 Wenn nicht sogar 287 Bin mir gar nicht so sicher Also wir gehen stark auf die Folge 300 zu Es ist unfassbar Fast 300 Folgen schon Also gestreamt 300 Mal Es ist Unbeschreiblich Und es ist auch Unbeschreiblich Wie viele Leute hier mitgemacht haben Bei Homefront Daran kann man aber sehen Dass es kein kleines Spiel ist Guck mal Der Victor Van Teek Victor Van Teek Das ist wahrscheinlich ein Holländer Plot In Klammern Plot Javer Tjela Und Edgar Tudela Antonio Pons Aha Pons Der hat wahrscheinlich Pons Das ist das Englischbuch gelesen Forge Studios SRL Okay Ja Was wollte ich sagen Genau Wie gesagt Projekte Oder Ideen Schreibt ruhig mal in den Kommentare Schreibt mal in den Kommentare rein Und schreibt mir mal Was ich vielleicht mal spielen sollte Also auf YouTube Und Vielleicht sogar als Live Let's Play Weiß ich ja nicht Könnte mal sagen Minecraft bin ich mir noch nicht so sicher Ob ich da wieder Was raushaufe Minecraft momentan Ich hätte Lust es wieder zu spielen Aber Ich weiß nicht Ich muss mal gucken Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig Weil Ja die Lust ist für Minecraft da Auf jeden Fall Wenn du lange Zeit Kein Minecraft gespielt hast Dann kriegst du da echt Bock drauf Dann kriegst du da Bock drauf Lust drauf Und Dann bist du auch voll bei der Sache Aber ich bin mir noch nicht so sicher Ob das auch so bei euch ankommt Wegen Minecraft Und so Deswegen Schreibt das auch ruhig mal In die Kommentare Vielleicht auch unter Alle Minecraft Videos Die ihr vielleicht gesehen habt Und euch fragt Warum geht es da nicht weiter Wenn dann möchte ich sowieso Eine neue Welt anfangen Komplett neue Mit der Staffel 2 dann Wo wir dann dort Ja komplett neu anfangen So Musik mastering Sound effect record service Additional Q&A Special thanks Getty images 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 In loving memory Of Grace Miley Oder Smiley Jonathan Murray Und William Rooney Momay Produktionsbabys Nein Ich werde bekloppt Produktionsbabys Das sind also Kinder geboren Während der Produktion Des Spiels Das ist unfassbar Da kann man mal Überlegen Oder Da sieht man mal Wie lange so ein Spiel Wirklich in Entwicklung auch braucht Na Es ist unfassbar Ja Und jetzt habe ich So viel gebabbelt Ich habe schon Einen ganz Trockenen Mund Ich kann kaum noch reden Kennst du das Kriegst du ein Pappenmaul Wenn du so lange redest Ohne was zu trinken Kriegst du mal so ein Pappenmaul Also wenn du morgens aufstehst Boah Also da hast du So ein Mockegeruch Im Mund Wenn du da nicht Die Zähne putzt Ne Alter Boah So Ja Der Widerstand hat Verschickte Ausrüstungslager In ganz Philadelphia Nimm dir was zu brauchst Ja Das haben wir ja Und Das Spiel speichert jetzt Und ich glaube Ich glaube da kommt nichts mehr Ja Hauptmenü Das haben wir Da oben steht es auch 15.50 Und 42 Sekunden Am 4.11.2016 So Ja Da wären wir im Hauptmenü Da sind wir zu sehen Wir sind Brady Und Da sind wir im Hauptmenü Mein Gott Wie lange ist es her Ja Das war Homefront The Revolution Ich bedanke mich Ganz herzlich Fürs Zusehen Ich würde mich freuen Wenn ihr Vielleicht Ja Mich Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt Abonniert mich ruhig mal Wenn ihr Lust darauf habt Sowas zu sehen Und Ansonsten auch nicht Wenn es nicht gefallen hat Daumen runter Wenn es gefallen hat Darum hoch Bin ich ja ganz ehrlich Bin ja kein Böse drum Ist ja kein Muss zuzusehen Und Er schüttelt den Kopf Was wollte ich gesagt haben Genau Und ich würde mich freuen Vielleicht sehen wir uns ja Im anderen Video wieder Und Bis dato Haltet die Ohren steif Ich bin raus Euer Flex Ja Bis dann Ciao ciao Tschüss Tschüss Bis dann Bis dann dos